Anton Angeli wurde 1977 geboren. Von Anfang an konzentrierte sie sich auf Design und die Schaffung von Beleutungskörpern mit starker Persönlichkeit, mit dem Wunsch, ein Konzept von Licht auszudrücken, das gleichzeitig Funktion und Emotion ist. 2007 betritt Anton Angeli die Welt der Außenbeleutung mit der beispiellosen Vision, die gleichen Emotionen und Lebensfähigkeit zu schaffen, die das Licht in den Häusern entsorgt. Anton Angeli ist heute mit zwei unterschiedlichen Katalogen auf dem Markt. Anton Angeli Contemporary Design und Anton Angeli Architektural. Anton Angeli Architektural sammelt die Arketto Kollektionen, eine Reihe innovativer Vorschläge, die ab 2012 geboren wurden. Die außergewöhnlichen Komponenten in Bezug auf die Lichtleistung und Flexibilität der Verwendung erfahren. Anton Angeli Contemporary Design, das heißt Kollektionen, die miteinander übereinstimmen und formal identifiziert werden. Gekennzeichnet durch Forschung zu exklusiven Materialien und Erstellungsverfahren. Dieses Teil des Katalogs wird im Innen- und Außenteil gedreht. Kommt alle Kollektionen auf den Bühnen kennenzulernen. Kommt's hin zur Verfügung! Untertitelung des ZDF, 2020